Sie leben zusammen. Jasmin Herrens neuer Freund ist erst 23. Jasmin Herren, 44, lässt die Bombe platzen. Hinter der Musikerin liegen einige harte Jahre. Im April 2021 war ihr Ehemann Willi Herren, römisches Kreuz 45, überraschend gestorben. Drei Jahre waren der Entertainer und die Musikerin zuvor verheiratet gewesen. Anschließend zog sich die Ballermann-Sängerin aus der Öffentlichkeit zurück. Im Mai verriet sie dann aber, sie ist wieder vergeben. Und jetzt präsentiert Jasmin ihren neuen Freund auch endlich, er ist ein 23-jähriger Student. Im Interview mit Bild macht die 44-Jährige ihre neue Liebe offiziell. Der neue Mann an ihrer Seite. Philipp Bender, ein Student und Schlagersänger aus Rheinland-Pfalz, den sie bei einer Musikproduktion traf. Ich blühe auf und bin ein neuer Mensch, seit er in meinem Leben ist. Wir lieben uns sehr, schwärmt Jasmin von ihrem Liebsten und ergänzt. Er ist ein ruhiger, gelassener und bedachter Charakter. Philipp holt mich auf den Teppich zurück. Er kommt damit klar, wenn ich impulsiv und temperamentvoll bin. Doch stört der große Altersunterschied die beiden? Immerhin ist Jasmin Stolze 21 Jahre älter als ihr Lover. Philipp ist sehr weit im Kopf. Für uns sind wir beide 35, versichert die Schlagersängerin. Das Paar lebt seit einigen Wochen sogar schon zusammen. Das Paar lebt seit einigen Wochen. Es geht um einigen Wochen. Ö Das war's für heute.